Wer lügt? Sie redet meistens immer nur ein Rätsel. Sie redet meistens immer ein Rätsel. Sie redet meistens immer ein Rätsel. Plattenspieler gibt es hier keinen. Was meinst du mit Plattenspieler? Ja, die sieht aus. Die heiße sieht aus. Das ist ein Rätsel. Ja, ne? Magst du mir verraten wie du heißt? Was meinst du mit Plattenspieler? Was meinst du mit Plattenspieler? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist denn zu spät? 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 Was ist denn? Magst du mir das verraten? Was für eine Droge? Was ist denn zu spät? 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 Und zu spät? Was ist denn zu spät? Was ist denn? Was ist denn zu spät? Was ist das als Spät? Untertitelung des ZDF, 2020